Eine Folge mache ich nicht noch, das muss ich noch ein bisschen abkühlen. Und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Twin Mirror mit dem alten Mann von den Schlaftabletten. In der letzten Folge haben wir ja die Unfallstelle von Nick untersucht und festgestellt, der kein Unfall war, der einfach nur... ...was einfach nur ein Wort hat. Die Netten gerechter werden. Das ist schön. Ich mag den Pavillon hier schon mal. Ja, das ist genau das, was ich zu tun. Ich habe immer einen Appointe. Ich habe immer einen Appointe. Ich bin mit den Doctors mehr oft als ich bin. Sam, talk some sense into meine Daughter hier. Ich bin mit dir. Ja. 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 vlogging hat den Abend ein regulators, als sie mit Technikas δigungen hatten. Das glaube ich. Ja, aber ihr habt doch hier gar nichts gesehen vom Himmel. Mal gucken, ob man hier noch mehr untersuchen kann. Anna hat eine Menge Arbeit in das Haus gesteckt. Ich glaube, dass das Haus gesteckt hat. Innerhalb des letzten Jahres angelegt, wächst und gedeiht Nick und sein grüner Daumen. Schützhaus. So ütelisch gelegen hier an dem Bach, ehrlich. Anna hat nie davon ausgeschlossen. Ich glaube, das glücklichste, was ich immer gesehen habe, war der Tag, dass sie dieses Ort gekauft hat. Ach so, ich kann da hingehen. Ich möchte alle wissen, dass das Haus gesteckt ist. Das ist meine Arbeit. Ich habe das jetzt. Ich habe das jetzt. Es wird 200 Jahre bevor es aufbaut, aber es ist meine. So, when can I start moving my own stuff in? After you finish carrying all my stuff in. Sure, but that means I get to choose which side of the bed I'm sleeping on. What? No! You're gonna sleep on the side closest to the door. Why's that? So if someone breaks in, you can fight them off. And maybe because I like being near the window? Somehow I feel like it's entirely the second thing and not at all the first. We can talk about all this after my stuff's inside. But all your stuff's so heavy. Which is why I need your help. Don't slack, Sam. This house isn't gonna decorate itself. And I want you to be part of that. That was a nice memory. Let's see. Oh, I'll try it. It looks into a little, but not. It looks intact, but no. No. Oh, no. Oh. I'll try it. What have they here actually for the Internet? Strom gibt es oberirdisch, oder was? Guck mal, da gehen die Leitungen lang. Aber hier kommen keine an. Hier passt ein Auto hin. Carport und hier ist ein bisschen Holz für den Kamin. Führt zu Nicks Hütte, das dauert etwa eine Stunde. Okay. Ich gehe ein bisschen schneller, ne, und dann... Ja. Oh, ist das schön. Vielleicht ist der Laptop von Nick in seiner Hütte. Er kann ja von dort gekommen sein. Ich weiß es ja nicht, wo der da gewesen sei. Was ist denn mit ihr? Irgendwas fehlt. Würde ich sagen. Anna ist nicht gut. Diesmal versuchen, sie zu sein. Wir werden es versuchen. Anna? Um, Anna, are you... Are you okay? I'm gonna go out on a limb and say no. She needs you, buddy. Needs me? I don't even think she knows I'm here. What am I supposed to do? Something. Anything. It's the thought. The effort. Get her a drink. Just show her you're here. I'm not sure how a drink will make her feel better about murders and break-ins. But I guess I've heard worse ideas. Die Uhr steht. She kept the drinks in the kitchen, in one of the pantries. Geben wir erst mal zum Kühlschrank. She's not gonna want something cold. Always said cold drinks are for parties. Geben wir erst mal zum Kühlschrank, in the middle of a break-in. Yeah. Yeah. Wir können in den Kühlschrank, glaube ich. Ich hab... Ich... Ich... Ja, hab ich gemacht, aber... Ja, die Steuerung ist wirklich ein bisschen sehr strategisch. Da hat er den Schrank. Ah, hier ist, wo sie die Drinks hat. Ja, was soll ich denn dir jetzt nehmen, Limettensaft? Her go-to soft drink. She actually likes to drink this stuff straight. Could do. People in Film Noirs always offer a stiff drink in times like this. Might work. Don't stress about what drink you bring her. She used to drink this every day in middle school. Brings her back to being ten. On the bright side, I don't think it's possible to make her feel worse. Alkohol wäre jetzt aber auch... Nicht hilfreich würde ich jetzt auch nicht trinken wollen. Yes, I am. Vor allen Dingen, wenn die Polizei noch kommt. Yes, you are. Thanks. Ja, der hat ja jetzt gar nichts in der Hand, ne? Ich geh mal hin. Lime juice. Still something you like? That's sweet. I'd assumed you'd already gone to look around and, I don't know, think. This is just... This is just so fucked. Nick? My house? Sam, you should distract her. Get her talking or thinking about anything else. My stuff, everything is trashed. Is this like the worst coincidence? Or is it related to Nick's death? Did his murderer break into my house? You're not alone. Here, have a drink. It'll help. Er muss sie beruhigen. Das bringt nichts, wenn sie sich in Rage redet. Yeah. Yeah, you're right. It's helping a bit. Ach so, wir können weitermachen. Was sollen wir denn tun? Sie hat zu der Musik geschaut. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, nach dem... Die Musik ist hier ja wichtig. Die Musik ist hier ja wichtig. Ich glaube nicht, dass sie mich verabschiedet hat, dass ich nicht gedacht habe, dass sie besser klingt. Um eine Platte kann ich ihr nicht auflegen. Nick's Lieblingslied. Mehr geht hier nicht, ne? Hier kann ich nichts... Da kann ich noch was machen. Schreibtisch. Anna would pace around the house for hours, then sit down and write her articles in one go. Anna has to be helping her dad out with these. I'm not sure it's enough. Anna was always more interested in people than cold hard facts. Februar 2016. Jedes Jahr präsentiert der Green Mountain Grundschule das Talent junger Kreativer in ein Kunstwettbewerb. Die, nicht er. Inmitten eines Dschungels an Kreativität fiel mir ein Werk besonders ins Auge. Eine Art kryptozoologische Figur, deren wahre Natur mit mir verschlossen blieb. Unfähig, wie ich war, das Papier so zu durchdringen, kam mir der junge Timothy Brown zu Hilfe. Es ist interaktiv, sagte er und deutete auf eine Unebenheit. Sie müssen es auseinanderfalten. Schicht um Schicht wurde ich eines Wunders gewahr. Die Figur wich einer Karte von Besswood. Wenn Sie glauben, schon alles gesehen zu haben, dann nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit und schauen Sie sich an, was die neue Generation zu bieten hat. Sie werden überrascht sein. Ich finde, mein Teil war es. Liebe Miss Miller, mein Papa sagt, wenn jemand sehr nett ist, dann muss man ihm einen Dankesbrief schreiben. Also hoffe ich, dass Sie meinen mögen. Ich möchte Ihnen ganz doll dafür danken, was Sie über mich geschrieben haben. Ich weiß nicht, warum Sie glauben, dass meine Zeichnung es wert war, darüber zu schreiben und alle anderen nicht. Aber es war sehr nett von Ihnen, dass Sie das gemacht haben. Mein Papa hat Ihren Artikel an den Kühlschrank gehängt und meinen Namen eingekreist. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ein paar Leute hingegangen sind und es sich angesehen haben und dann enttäuscht waren. Aber vielleicht waren Sie es nicht. Wenn wieder ein Kunstwettbewerb stattfindet, sage ich es Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Timothy Brown. Ich kann hier aber nichts weitermachen. Doch, den Gedankenpalast. Achso, wir können weitermachen. Ah. Was ist denn mit ihm? Er redet nicht mal mit ihr. Was ist denn das? Trottel. Anna immer wollte ich zum Parlen. Sie war immer immer mein Schicksal. Cheezy action-filmpf, dark-thrillers und Human Rights. The melting pot of Anna. Kann ich nochmal? Ich glaube, ich muss nochmal mit ihr reden. Geht das? Nee, kann ich nicht. Was soll ich denn machen? Ich soll sie trösten. Hier geht nichts in der Ecke. Da geht nichts. Kann ich nur angucken. Hm. Ich geh mal nach oben. Geht das? Ich würde das gerne abbrechen. Geht das? Nein, das geht nicht. Ja, ist doch gut. Kommt das jetzt gleich wieder? Da ist was. Ach, Nick und Anna. Da geht noch mehr. Nach Joes Unfall aufgenommen. Er wollte, dass es zurückgestellt wird. Sieh, ist das Geklapper weg. Das Geklapper. Ah, jetzt können wir wieder mit ihr reden. Gut, machen wir in der nächsten Folge. Ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.